Das ist gut für den Teppich. Gefettnete Soße. Das ist das Marangiosum. Bleib'n's unten. Für immer. Ein Kluglüger am glücksten. Schrift ist das. Weißt du, Fritz? Furchtbar. Früher hast du so schön geschrieben, jetzt, je älter du wirst. Schrecklich alles voll potzen. Warum willst du auch potzen? Da hast du am potzen. Dort hast du am potzen. Ich hab doch keine neue Fede gehabt. Ne, aber... Wann kriegt das Kind keine neue Fede, wenn er eine braucht? Verstehe ich nicht. Gutgüter. Am gütersten. Na, okay, das ist doch dumm. Ich meine, das kann man doch voraussetzen, dass du das weißt. Hast du schon mal gesagt, dass das ist... Was hat Bergenant, hat du mir das gesagt? Ich? Schau dir nur wieder ähnlich. Hat er gesagt, eine Eigenschaftswahr. Ich hab nicht gewusst, dass er es steigern will. Hanios kann kein Vorzugsschüler werden, wenn die ganze Familie dagegen ist. Was gibt's jetzt? Was kriegen wir jetzt? Einen Guglupf. Was, noch mal ein Guglupf? Ist mir neu. Sonst isst man gemeinlich zum Kaffee. Frühstück oder hier außen. Brauchst ihn ja nicht zu essen. Warum? Vielleicht schmeckt er, aber vielleicht ist er ja auch. Hm, sind da die Zwieben? Sind da die Rosinen? Ja, gar keine Rosinen sind drauf. Die sind drinnen. Ein ganzes Viertel Kilo Rosinen ist drinnen. Sie gehen aber nicht nur hinein, sie gehen nach oben. Drinnen ist auch nichts. Wo sind die Zwieben? Na, Untergang im Sandholt. Hatte so ein, äh, Wollfisch. Sind Wollfisch, haben untergedacht. Ich lache nicht, wenn sich der Vater ehren sollst du nicht zu lachen. Bitte. Willst du nicht sein? Bitte. Vergessen hat's. Vergessen, sag zur Unterkammer. Bitte veranlasst das, dass ich hinaus. Ich holt das nicht mehr raus. Jö, so viel Rosinen. Ciao, Vater. Siehste, der hat hier alle, der hat wieder alle. So blöd. Gib's dem Vater. Was holt er denn, Ängst? Ich bin doch kein kleines Kind, ne? Also schneid mal den Nimmels ein Stück runter. Schneid mal den Nimmels. Ich muss jetzt auch was g'shen, ist wieder gar nichts drin. Kommt mir so vor, als ob sich alles gegen mich verschworen hätte. So kommt mir das vor. Ja, sogar der Kugeljubb. Wollfisch. Sind Wollfisch, haben untergedacht. Ich lache nicht, wenn sich der Vater ehren sollst du nicht zu lachen. Bitte. Willst du nicht sein? Vergessen hat's. Vergessen, gesagt, sie untergegangen. Schaut ihn ja wieder ähnlich. Er hat gesagt, eine Eigenschaftswahr. Wenn ich gewusst, dass er es steigern will. Hanyas kann kein Vorzugsschüler werden, wenn die ganze Familie dagegen ist. Was gibt's jetzt? Was kriegen wir jetzt? Einen Kugelupf. Was, noch mal ein Kugelupf? Ist mir neu. Sonst isst man gemäßlich zum Kaffee. Frühstück oder jaußen. Brauchst du ihn ja nicht zu essen. Warum? Vielleicht schmeckt er. Da hast du am Botzen. Dort hast du am Botzen. Ich hab doch keine neue Feder gehabt. Naja, aber... Man kriegt das Kind keine neue Feder, wenn er eine braucht. Verstehe ich nicht. Gutgüter. Am gütersten. Na, okay. Das ist doch dumm. Ich meine, das kann man doch voraussetzen, dass du das weißt. Hast du schon mal gesagt, dass... Das hat mir das gesagt. Ich? Was gut für den Teppich. Gefettende Soße. Das ist das Marangiosum. Bleibs unten. Für immer. Ein Kluglüger am glücksten. Schrift ist das. Weißte, Fritz. Furchtbar. Früher hast du so schön geschrieben. Jetzt, je älter du wirst. Schrecklich. Alles voll botzen. Warum möchtest du auch botzen? Vielleicht ist es mir auch. Sind da die Zwieben? Sind da die Rosinen? Ja, gar keine Rosinen sind drauf. Die sind drinnen. Ein ganzes Viertel Kilo. Rosinen ist drinnen. Sie können aber nicht nur hinein. Sie können auch oben. Drin ist auch nichts. Na, wo sind die Zwieben? Na, untergegangen sind heute. Hat das so ein... Ich war ja, da. Ich war ja. Ich war ja. Ja, ich war ja. Vielen Dank.